Herzlich willkommen zum Freitag. Zusammen mit WA Self-Invest und Fit4Finanzen schauen wir wieder auf die Märkte. Und wir heißt, mein Name ist Andreas Bernstein und der Roland Jägen. Nach dem Intro ist er auch in der Leitung. Bis gleich. Da sind wir wieder vereint. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, du hast wieder die hottesten News von der Wall Street mitgebracht. Und wir haben natürlich auch Quartalszahlen alle vernommen. Aber die Reaktionen im Aktienkurs, die wollen wir gemeinsam ergründen. Und auch, wie Freitag, jetzt schon eine schöne Angewohnheit geworden, die aktuellen Wirtschaftsdaten mit reinbringen. Die kommt 14.30. Bis dahin haben wir sicherlich noch Gelegenheit, erstmal das große Bild so ein bisschen einzunoten. Ganz genau. Es war wieder eine spannende Woche. So ein bisschen eine Achterbahn in dem einen oder anderen Markt. Von daher schauen wir uns gerne hier einmal die Märkte im Big Picture an und schauen dann gleich auch direkt auf die konkreten Zahlen, die heute noch reinkommen und sicherlich noch für Bewegung sorgen könnten an den Märkten. Bevor wir starten, noch ganz kurz der obligatorische Risikohinweis. Und dann gehen wir auch gleich in die Plattform, den NanoTrader und starten hier gerne auch mit dem DAX Future im großen Bild, im Tageschart. Es hat sich wieder nicht allzu viel getan im großen Bild. Wir sind weiterhin in dieser angesprochenen Konsolidierungsrange zwischen circa 15.300 Punkten auf der Unterseite und 15.600 Punkten hier im Future auf der Oberseite. Wir haben am Mittwoch versucht, kurzzeitig nach unten auszubrechen. Aber da kam wieder Kaufinteresse rein. Die Aufwärtsbewegung, aber im DAX ging jetzt auch schon wieder so ein bisschen heute Morgen insbesondere auch nach den GDP-Daten, nach dem Bruttoinlandsprodukt die Luft aus, sodass wir gleich in den kleinen Zeiteinheiten sehen, dass heute ja eher wieder ein Abwärtstrend hier im kleinen Zeitfenster zu sehen ist. Also der Markt kann sich nicht wirklich entscheiden, ob es hier im großen Bild weiter aufwärts gehen soll oder ob jedoch ein größerer Rücksetzer notwendig ist. Das Szenario auf der Unterseite hatten wir auch schon das ein oder andere Mal hier auch rausgearbeitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in naher Zukunft diese Marke von 15.200 hier nochmal testen, die ist für mich weiterhin sehr, sehr hoch. Am Mittwoch waren wir schon mal nahe dran. Da haben vielleicht noch circa 70 Punkte gefehlt. Dann kam die Wende, aber jetzt vielleicht sollten wir noch weiter Schwäche zeigen. Vielleicht erst in der nächsten Woche könnte ich mir vorstellen, dass diese wichtige Marke, das ist jetzt auch der Vivapier des aktuellen Quartals, natürlich auch des aktuellen Jahres, dass der zumindest perspektivisch nicht allzu ferner Zukunft getestet werden könnte, ist ein sehr wahrscheinliches Szenario in den US-Märkten. Haben wir jetzt in dieser Woche schon zum Beispiel im S&P gesehen, dass diese Marke getestet wurde, auch aktuell unterschritten wird. Und ein ähnliches Szenario könnte ich mir da auch im DAX ganz gut vorstellen. Auf Wochenbasis sieht man im DAX, ja es hat sich nicht allzu viel getan, könnte man sagen. Wir sind weiterhin innerhalb der Range der Vorwoche. Wir haben es kurzzeitig versucht, auf der Unterseite nach unten auszubrechen, aber da kam wieder viel Kaufinteresse rein. Auf der Oberseite haben wir die Vorwochen nicht ganz angelaufen. Von daher ist es eine seitwärts Konsolidierungswoche. Wieder einmal, auch nach der letzten Konsolidierungswoche, bleibt es diese Woche dabei, dass der Ausbruch vielleicht erst in der nächsten oder in der übernächsten Woche dann erfolgen könnte. Hier sieht man auch gerade dieses Value Area Hoch der Vorwoche als potenziellen Widerstandsbereich. Wir haben es gestern kurzzeitig versucht, auch heute im sehr frühen Handel, heute Nacht, aber dann letztendlich wieder die Reversion-to-the-Mean-Bewegung. Und jetzt sind wir auch wieder unter dem V-Web der aktuellen Woche und testen hier die potenzielle Unterstützung bei 15.385. Da kommt jetzt so kleines Kaufinteresse ein, aber das kann sich in wenigen Minuten natürlich schnell ändern. Da muss man schauen, wohin das Pendel dann auch zu den Daten hier ausschlagen wird. Im kleinen Zeitfenster sieht man den schönen heute, diesen abwärtsgerichteten Tag. Da gab es auch, denke ich, die eine oder andere Möglichkeit, hier von dieser Bewegung zu partizipieren. Entweder schon recht früh hier nach der Kasseröffnung, als es nicht gelungen ist, aus der Value Area des Vortages nach oben auszubrechen, die Bewegung. Und dann vielleicht das bessere Signal dann erst, als wir aus der Value Area vom Vortag nach unten ausgebrochen waren, der Retest. Und ich denke, diese Marke von 15.480, dann erst gegen Mittag unserer Zeit, war eigentlich das beste Short-Signal, das ich zumindest hier auf Basis dieser Indikatoren hier für heute gesehen habe. Das Gleiche hier auch, wenn man mal die Future-Zeit, den Nachthandel ausblendet und nur die Kassehandelszeit nimmt. Da gab es genau das gleiche Signal hier mehr oder weniger um 12 Uhr zur Mittagszeit und dann die große Abwärtsbewegung und jetzt die Konsolidierung hier im Bereich von 15.400 Punkten. Und jetzt wartet der Markt so ein bisschen hier auf die potenziellen News. Ob sie dann wirklich den Markt bewegen oder nicht, wird man sehen. Aber das ist jetzt so ein bisschen lauer Stellung aktuell hier im DAX angesagt. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Performance-Kennzahl mit reinbringen. Und zwar letzte Woche konnte der DAX sich im Vergleich zur Wall Street besser behaupten. In dieser Woche, der aktuell im Stand auch. Also wir sind jetzt 0,7 Prozent im Minus. Der Nasdaq ist 1,4 Prozent schon im Minus in dieser Woche und der Dow sogar 2,6 Prozent. Also scheinbar die bessere internationale Wahl gerade. Genau, das auf jeden Fall. Das sieht man auch, wenn man es jetzt vergleicht hier mit den US-Märkten, starten wir gerne mal mit dem Dow Jones. Der ist ja ganz klar aus der Vorwochen-Range hier nach unten ausgebrochen und kann sich auch außerhalb der Vorwochen-Range hier halten. Und hier sieht man wirklich so eine abwärtsgerichtete Woche, die wir hier haben im Dow Jones. Gestern hier nochmal der Abpraller am Web der aktuellen Woche. Also da kam ganz klar der Druck wieder rein. Zum Ende des Tages hin gab es zwar wieder eine Gegenbewegung, wie auch schon vorgestern. Aber am Folgetag sieht man hier immer wieder, dass dann doch wieder die Bären so ein bisschen die Oberhand gewinnen. Von daher hier auch die Schwäche in den US-Märkten ganz klar zu erkennen. Im Dow Jones zeigt sich ja im Big Picture ein ähnliches Bild wie auch im DAX, wo wir ja wirklich in dieser großen Konsolidierungs-Range hier sind, die noch deutlich größer ist als im DAX. Hier haben wir jetzt auch ein potenzielles Unterstützungsniveau getestet, nachdem wir ja auch gestern im Dow Jones ein neues Jahrestief markiert haben. Das ist, denke ich, relativ unbeachtet geblieben, weil gerade die anderen US-Futures dann auch deutlich stärker sind. Aber der Dow Jones jetzt mit einem neuen Jahrestief. Da kam gestern ein Kaufinteresse auf, weil wir waren auch im Bereich des V-Webps des Vorjahres. Und das ist immer ein ganz guter potenzieller Support, gerade zu Beginn des Jahres. Und da kam ein Kaufinteresse auf. Da handeln wir ziemlich genau aktuell auch auf diesem Niveau bei 32.950 circa. Und da muss man schauen, ob da auch wieder Kaufinteresse heute aufkommt. Und ansonsten sollten wir diese Marke nicht halten können, winken da auch sehr, sehr schnell deutlich niedriger Niveaus, dieses lokale Tief hier bei 32.000 oder dann auch das Value-Area-Tief des Vorjahres. Also da ist auch viel, sollte der Druck hier reinkommen, Potenzial auf der Unterseite vorhanden. Deutlich stärker, du hast es schon angesprochen, auch der Nasdaq, der in dieser Woche zwar auch Schwäche gezeigt hat, aber insgesamt auf Jahresbasis natürlich noch deutlich im Plus liegt. Hier sieht man das nach dieser starken Aufwärtsbewegung. Jetzt der Rücksetzer. Der Nasdaq ist auch der einzige, wo wir noch oberhalb des V-Webps des aktuellen Jahres quotieren. Der liegt aktuell bei circa ziemlich genau 12.000 beziehungsweise knapp darunter 11.950. Also nicht mehr allzu weit entfernt auch von den Tiefs, die wir gestern erreicht haben. Und das ist ja auch die erste potenzielle Unterstützung, die wir vielleicht sogar heute testen könnten. Im S&P haben wir diese Marke schon unterschritten. Das war ja auch ein potenzieller Unterstützungsbereich hier bei circa 4.045 Punkten. Die haben wir mittlerweile gebrochen und wir kämpfen in den letzten beiden Handelstagen sehr häufig mit dieser runden Marke von 4.000 Punkten, die natürlich psychologisch sehr wichtig ist und auch immer mal wieder im Intraday-Handel verteidigt wurde. Aktuell quotieren wir wieder circa 10 Punkte darunter. Und diese Trendlinie, wir sind ja aus dem Abwärtstrend zwischenzeitlich nach oben ausgebrochen und jetzt durchaus ein Szenario, dass wir diese Trendlinie von oben testen. Je nachdem, wie man sie einzeichnet, ob man hier vielleicht sogar diesen Dock noch mit reinnimmt, dann sind wir ja schon drauf. Ansonsten, da es ziemlich genau mit dem Value Area Tief des aktuellen Jahres übereinstimmt. 3.950 ist für mich eine sehr, sehr wichtige Marke und da wird es sich dann auch entscheiden, spätestens, ob hier Kaufinteresse aufkommt. Und ansonsten winken da auch sehr, sehr schnell deutlich niedrigere Kurse. Im S&P können wir auch mal gerade schauen, was sich da auf Wochenbasis getan hat. Wir sind auch aus der Vorwochen-Range deutlich nach unten ausgebrochen. Das heißt, diese Konsolidierung, die wir auch über zwei Wochen hatten, wurde nach unten aufgelöst. Und jetzt sieht man auch hier auf Basis des Volumenprofils zum Beispiel, dass hier im Bereich von ca. 4.010 bis 4.020 Punkten sehr, sehr viel Volumen ausgebildet worden ist. Oder sogar zwischen 4.000 und 4.020. Also die runde Marke ist da wirklich sehr, sehr signifikant in dieser Woche, sowohl von unten als auch von oben getestet worden. Was ich da auch spannend finde an der Gegenreaktion, die wir ja auch in der Woche gesehen hatten, dass wir von unten an die Tiefpunkte vom 2.2. rangekommen sind oder 1.2. Da ist nämlich diese Fettsitzung gewesen. Da kann man quasi eine horizontale, nein, noch ein Stück weiter rechts, der Peak. Ja, da. Genau, diesen Peak haben wir mal was. Genau. Genau. Genau, der S&P von unten angetestet und der Nasdaq bisher nur von oben. Ganz genau. Das ist auch eine wichtige Unterstützung oder jetzt potenzieller Widerstandsbereich. Von daher muss man schauen, solange wir darunter handeln, ist das natürlich auch ein Zeichen von Schwäche. Und jetzt denke ich, in wenigen Sekunden kommen auch die Zahlen raus. Dann können wir auch mal ins kleine Zeitfenster hier reingehen im S&P. Da sieht man ja auch immer ganz schön die Liquidität, wo die vorhanden ist, die natürlich deutlich oft vor den Zahlen auch rausgenommen wird. Das sieht man hier auch aktuell. Und ja, hier sieht man zum Beispiel eine große Order im Bereich von 3.960 Punkten. Und ja, jetzt mal schauen, ob es einen Spike geben wird oder ob sich da wenig zu tun wird. Ja, die erste Reaktion auf jeden Fall hier auf der Unterseite zu sehen. 3.975 haben wir jetzt hier getestet, also ein starker Abwärtsimpuls zu erkennen. Und mal schauen, ob die Daten schon raus sind. Ich weiß nicht, hast du sie schon vorliegen? Ich sage erst mal, welche Daten kommen. Es kommen die Konsumausgaben Januar, die persönlichen Einkommen und die PCI-Kernrate vom persönlichen Einkommen. Und ich habe es mir noch nicht vorliegen, aber ich habe auch die negative Reaktion jetzt gerade gesehen. Der Nasdaq ist noch nicht an den Tiefs von gestern vorbörslich. Der Dow Jones auch noch nicht an den Tiefs gestern börslich, aber nah dran. Und da könnte vielleicht eine kleine Unterstützung reinkommen. Je nachdem, ob die Daten jetzt von der Börse positiv oder negativ interpretiert werden. Und das ist ja auch in letzter Zeit oft unterschiedlich gewesen. Man denkt ja bei manchen Daten, wie Verbraucherpreise sinken nicht so stark, das ist negativ. Trotzdem, die Börse an dem Tag geht nach oben. Ja, ganz genau. Und die PCI-Daten, ich denke, jetzt habe ich sie vorliegen, 0,6 Prozent erwartet wurden, 0,4 Prozent. Also hier, auch auf Basis dieser Zahlen, sieht man, dass die Inflation noch höher ist als erwartet. Entsprechend von daher die negative Reaktion durchaus nachzuvollziehen, da vielleicht dann doch noch mehr oder aggressivere Zinsschritte kommen könnten. Das haben wir ja auch schon bei den FED Minutes am Mittwoch gesehen, dass die doch wieder etwas mehr hawkig aussahen, als vielleicht die FED-Sitzung an sich. Wo ja doch Jerome Powell zum ersten Mal auch etwas so ein bisschen zurückgerudert ist, aber die FED-Minutes haben das nicht wirklich wieder gespiegelt. Dann hat man ja sogar gesehen, dass der eine oder andere FED-Member sogar für eine höhere Zinserhöhung gestimmt hatte. Letztendlich war es dann nur dieser kleinere Schritt. Und da muss man mal schauen, in circa einem Monat ist es ja wieder soweit mit der nächsten Zinsentscheidung, wie groß dann letztendlich die Zinserhöhung ausfallen wird. Das steht ja mehr oder weniger fest, dass es auf jeden Fall jetzt noch mindestens eine geben wird. Ob die um 0,25 Prozent oder um 0,5 Prozent sein wird, steht ja noch nicht fest. Von daher aber diese Daten deuten auf jeden Fall darauf hin, dass die Zeit der Zinserhöhung noch nicht vorbei ist. Die anderen Daten habe ich auch vorliegen. Da hatten wir noch die persönlichen Einkommen. Also wenn Inflation steigt und die Einkommen steigen auch, ist das ja vielleicht auch noch kompensierbar. Die Einkommen sind aber nur um 0,6 Prozent gestiegen, erwartet worden 1,0 und die bei Konsumausgaben, die sind aber auch im Januar um 1,8 gestiegen. Also das könnte man als positiven Aufhänger nehmen, damit der Markt diese Tiefpunkte von gestern, der Dow hält sie ziemlich punktgenau und der Nasdaq auch, der Nasdaq Future, vielleicht doch als Ausgangspunkt nimmt für eine Erholung wieder. Genau, für eine potenzielle Intraday-Erholung zumindest. Also hier sieht man auch im S&P wurden die jetzt ziemlich genau, punktgenau getestet bei circa 3.975 Punkten. Die scheinen aktuell zu halten im ersten Anlauf. Von daher vielleicht zumindest eine kurzfristige Gegenbewegung, bis vielleicht dann auch die Kassamärkte eröffnen. Also durchaus eine interessante Trade-Gelegenheit hier in diesem Bereich. Ja, also mal schauen, was man davon ableiten kann. Was auch in dieser Woche noch ein Thema war, war, ob die Wirtschaft denn dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und viele schauen auf den Ölpreis. Wenn wir uns WTI anschauen, die sind nämlich auch etwas schwächer gewesen. Die ganze Notierung, WTI ist jetzt nur ein Verdreh, das gibt über 100 Ölsorten übrigens weltweit. Aber WTI ist mit das Wichtigste aus Texas. Deswegen schauen wir das heute in dem Zusammenhang auch nochmal an. Ja, sehr gerne. Also Öl hatte ja auch zu Beginn des Jahres einen Aufwärtsimpuls hingelegt, ist hier aber mehrfach an der wichtigen Marke von circa 82 bis 82,5 Dollar nach unten abgeprallt. Das war das Value Area Tief des Vorjahres. Da kam ordentlich Druck rein. Dann die Gegenbewegung und jetzt der nächste Abwärtsimpuls. Und jetzt sind wir fast wieder im Bereich hier auch der Jahrestiefs angekommen. Das waren hier auch dann die ziemlich genau die Tiefs, die knapp darunter liegen des letzten Jahres. Also hier kann man aktuell noch nicht sehen, dass hier eine größere Erholung im Gange ist. Es ist jetzt eine Konsolidierung auf sehr niedrigem Niveau. Und da muss man schauen, ob man diese 75 Dollar Marke jetzt aktuell hier auch halten kann. Oder ob hier vielleicht auch noch neue Jahrestiefs in Kürze winken könnten. Und ja, das soweit zum Ölpreis. Und dann, ich weiß nicht, sollen wir uns noch einen anderen Rohstoff anschauen oder den Euro oder über den Aktien? Vielleicht bei der Risikobereitschaft, die ja jetzt auch wieder ein bisschen rausgeht aus den Märkten, würde ich den Bitcoin nochmal reinnehmen. Der war ja ganz kurz über der 25.000. Aber dort fanden sich auch schnell wieder Verkäufe ein. Wenn man dann den Bitcoin-Mini-Future quasi sich anschaut, hat man auch einen ganz guten Blick für die Risikeraversion der Marktteilnehmer. Ja, das ist immer sehr schön zu erkennen. Diese Risk-on-Minditabilität zu Beginn des Jahres, der Rücksetzer. Und dann war das, denke ich, auch eine ganz schöne Kaufgelegenheit vielleicht hier in der letzten Woche im Bereich von ca. 21.500. Dann der starke Aufwärtsimpuls bis über 25.000. Aber da scheint aktuell der Markt so ein bisschen gedeckelt zu sein. Eine Konsolidierung über die letzten Tage dann auch jetzt so leicht Schwäche zu erkennen. Jetzt quotieren wir aktuell bei ca. 23.800 Punkten. Und jetzt muss man schauen, aktuell auf Jahreslicht weiterhin klar, die Trendstärke zu erkennen. Aber man muss mal schauen, ob dem Markt hier nicht so ein bisschen auch die Luft ausgehen könnte. Und insbesondere, wenn vielleicht dann auch wieder andere Risikoklassen wie der Nasdaq die Technologiewerte auch nach unten drehen, könnte ich mir Ähnliches auch hier im Bitcoin vorstellen. Genau, also den auch vielleicht nochmal in Szene gesetzt. Ja, kommen wir zu Einzelwerten. Wir hatten ja in dieser Woche auch ganz viele Aktien, die Quartalszahlen gemeldet haben. Und ich würde mal anfangen mit einem ehemaligen Liebling, der jetzt wieder zulegen konnte, und zwar die Biont Miet. Schauen wir uns gerne an. Die hat die Quartalszahlen gemeldet. Nettoverlust schon wieder, muss man sagen. Für das vierte Quartal sah es nicht gut aus. Aber man sagte, ja, in diesem Jahr kann alles besser werden. Das sagen die aber gefühlt jedes Quartal. Ganz genau. Man sieht ja, wo die Aktie auch herkommt. Also hat er mehr als 90 Prozent hier auch zwischenzeitlich verloren von den Allzeittiefs. Ist hier in einer sehr, sehr lang ausgedehnten Seitwärtskonsolidierungsrange. War jetzt kurzzeitig mal davor, den 200-Tage-Durchschnitt hier nach langer, langer Zeit, nach circa anderthalb Jahren wieder zu testen. Das ist nicht ganz gelungen. Aber auf jeden Fall sieht man, dass die Zahlen jetzt hier positiv aufgenommen worden sind. Und es jetzt heute hier auch einen Aufwärtsgap geben wird. Wir können ja mal in die vor- bzw. in die gestrigen nachbörslichen Kurse hier auch reinschauen. Da sieht man es sehr schön. Gestern nach den Zahlen gab es einen ordentlichen Aufwärtsimpuls. Und man konnte zwischenzeitlich hier auch die runde Marke von 20 Dollar wieder zurückerobern. Zwar nicht nachhaltig. Jetzt konsolidiert man im Bereich von circa 19,27 Dollar. Aber das wird auf jeden Fall auch ein ordentliches Kassagap auf der Oberseite geben. Jetzt zum Handelsstart um 15.30 Uhr. Und da muss man schauen, ob dieses halten kann. Etwas Luft nach oben sehe ich noch zum 200-Tage-Durchschnitt. Aber der 200-Tage-Durchschnitt und auch diese vormaligen Burs hier von Anfang Februar, die auch bei circa 20, 21 Dollar hier gelegen haben, die könnten durchaus hier auch nochmal für Druck sorgen in dieser Aktie. Also gemeldet wurde ein Verlust pro Aktie von 1,05 Dollar. Und im Vorjahr war es noch 1,27 Dollar. Also die Verluste wären geringer. Aber auch die Umsätze und die Erlöse waren noch vor einem Jahr bei 100,7 Millionen. Und jetzt bei knapp 80 Millionen. Und das ist eben was, wo man skeptisch drauf schauen muss, wenn die Unternehmen gar nicht mehr wachsen und trotzdem Verluste machen. Wo sollen die Investoren denn die Fantasie herbekommen? Ja, ganz genau. Es gibt ja auch mittlerweile auch schon relativ viel Konkurrenz in diesem Bereich. Und daher, gerade wenn die Umsätze dann nicht mehr auch signifikant steigen, könnte das durchaus ein sehr schwieriges Umfeld auch in den nächsten Monaten für diese Aktie sein. Ja, das sagen auch die Analysten. JP Morgan zum Beispiel sagt weiterhin, Untergewichten braucht man nicht. Okay, aber vielleicht braucht man Etsy. Du hast es schon quasi vorweggenommen, dass ich da auch dran denke. Das ist eine Plattform so ähnlich wie Amazon, ein bisschen kleiner, ein bisschen individueller, wo aber Marktteilnehmer als Marketplace sozusagen die Etsy-Plattform nutzen können und ihre Waren teilweise handgefertigt, auch aus vielen Ländern nach Deutschland versendend, Preis geben können. Und ja, ich habe selber auch schon bestellt, positive Erfahrungen mit Etsy gemacht. Die wachsen auch langsam, aber sie wachsen immerhin noch. Genau, und die Aktie hat ja den schönen moderaten Aufwärtstrend hier hingelegt seit dem Sommer des letzten Jahres, seit diesem Tiefs und ist weiterhin in diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal und war gestern recht volatil dann auch entsprechend nach den Zahlen und hat auf der Unterseite den 100-Tage-Durchschnitt getestet hier entsprechend. Und auf der Oberseite sehen wir hier den 50-Tage-Durchschnitt. Also oszilliert aktuell oder konsolidiert zwischen diesen beiden markanten gleitenden Durchschnitten und ich denke, sollten wir hier auch nochmal oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts uns bewegen in den nächsten Tagen, also über 132, 133 Dollar. Könnte da vielleicht auch eine weitere Aufwärtsbewegung erfolgen zu der oberen Trendkanalbegrenzung. Ansonsten sollten wir hier auch wieder den 100-Tage-Durchschnitt vielleicht verlieren. Könnte auch hier auf der Unterseite nochmal der 200-Tage-Durchschnitt getestet werden bei aktuell ca. 107 Dollar. Der zieht mittlerweile hier langsam nach oben an. Von daher, das ist eine potenzielle Unterstützung. Auf der Unterseite sollte hier doch nochmal etwas Druck in der Aktie aufkommen. Und interessant fand ich bei der Produktpräsentation, da habe ich nämlich mal reingeschaut, zu den Quartalszahlen, dass die ganz stolz sind auf ihre Männerquote. Es wird ja häufig so assoziiert, vielleicht ist es auch Schubladendenken, dass nur die Frauen bestellen. Nein, auch die Männer bestellen. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe mir auch schon bei Etsy einiges geholt. 22 Millionen Männer gibt es und 24 Millionen werden reaktiviert, wenn also schon was gekauft wurde, dass sie noch ein zweites Mal auf die Plattform zurückkommen. Und das ist ja eigentlich das Beste, was im Unternehmen passieren kann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten, dass die Käufer nicht nur einmal Käufer sind, sondern dann auch gerne wiederkommen. Genau. Im Secondhand-Bereich also ein Umsatz von einer halben Milliarde. Das ist schon ordentlich. Mal sehen, was da noch weiter geschehen kann. Was hat noch für ein Unternehmen gemeldet? Ganz taufrisch gestern Abend die Booking Holdings, also aus dem Segment des Tourismus. Wir hatten in der Woche ja auch schon Airbnb, die stark angezogene Booking. Nachbürstlich unverändert. Aber es ist dasselbe Segment und da blickt man zumindest positiv ins neue Jahr. Ja, man sieht auf jeden Fall auch einen positiven Trend seit den Tiefs im Oktober des letzten Jahres. Ein schöner Aufwärtsimpuls. Der Rücksetzer hier zu den gleitenden Durchschnitt und dann der starke Aufwärtsimpuls zu Beginn des Jahres. Und die Aktie kann wirklich diese hohen Kursniveaus aktuell halten bei circa 2.400 bis 2.500 Dollar. Die hat ja wirklich einen sehr, sehr hohen Wert, einen hohen Kursstand. Von daher muss man schauen, ob da vielleicht nicht auch irgendwann in naher Zukunft ein Stocksplit anstehen könnte. Kann die Niveaus auf jeden Fall halten. Von daher ist es jetzt eher eine Konsolidierung über die Zeit, was aber durchaus positiv zu bewerten ist. Auf diesem hohen Niveau möchte ich eher nicht einsteigen, aber ein Rücksetzer zum 50-Tage-Durchschnitt, der natürlich auch jeden Tag näher ranläuft, wäre dann vielleicht eine potenzielle Kaufgelegenheit auch in naher Zukunft. Ja, die Dynamik nimmt sogar noch ein bisschen zu. Man hat im letzten Quartal gemeldet, dass man hier bei den Buchungen insgesamt ein Wachstum von Umsatz um 29 Prozent erreichen konnte. Und diesmal waren es sogar 36 Prozent. Und damit beschleunigt sich das. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Corona-Pandemie vorbei ist und jetzt wieder die Reiselust von vielen entdeckt wird. Genau, die Reiselust nimmt zu und davon könnte die Aktie gerade in diesem Jahr wieder spürbar profitieren. Ja, und wenn man reist, muss man auch bezahlen. Deswegen vielleicht auch noch spannend, die Block hieß ja ehemals Square. Vielleicht dazu auch noch mal ein paar Worte. Warum hieß sie denn Square? Weil nämlich diese kleinen Kreditabrechnungsgeräte aus den USA sehr praktisch und kleinquadratisch waren, wo man seine Kreditkarte reinstellt. Und da hat der Jack Dorsey, der auch bei Twitter lange Zeit der CEO war, gesagt, wir nennen die Firma einfach mal Square, hat die damit gegründet, groß gemacht. Und mittlerweile macht Block, wie es jetzt heißt, angelehnt an Blockchain nach der Umbenennung, viel, viel mehr zu bieten als nur Kreditkartenabrechnung. Da kann man Kredite als Unternehmen beantragen. Da kann man auch die Lohnbuchhaltung für das ganze Unternehmen erledigen. Also gibt es ganz, ganz viele Standbeine, die in dem Unternehmen verankert sind. Genau, es gibt ganz viele Standbeine, aber gerade auch die Zinserhöhungen machen dem Unternehmen so ein bisschen zu schaffen, weil damit auch die Margen kleiner geworden sind, weil man letztendlich nicht das hohe Eigenkapital hat, um dann auch die Kredite zur Verfügung zu stellen, sondern man muss sich das Geld leihen. Und das jetzt aktuell natürlich zu wesentlich höheren Kosten. Und dafür sind die Margen auch gerade in den letzten Quartalen spürbar kleiner geworden. Und das belastet auch so ein bisschen die Aktien. Man sieht ja auch den deutlichen Abwärtstrend, in den sie dann geraten ist. Jetzt hier auch die große Seitwärtskonsolidierungsrange. Man kann sie hier, man kann sie stabilisieren, auch seit den Tiefs, seit dieser kleinen Bodenbildung. Was sehr positiv zu bewerten ist, die Rückeroberung des 200-Tage-Durchschnitts, jetzt der Rücksetzer in diesem Bereich, wo sich jetzt hier auch der 100 und der 50 und der 200-Tage-Durchschnitt gekreuzt haben. Von daher, das war durchaus eine potenzielle Einstiegsgelegenheit, hier auch schon in den letzten Tagen bei ca. 73 Dollar. Und jetzt sieht man ja auch, dass die Aktie hier positiv reagiert hat entsprechend nach den Zahlen. Das heißt, die wurden dann doch positiv aufgenommen von den Anlegern. Die war etwas volatil, die Aktie hier auch entsprechend nachbörslich. Und dann hier der Aufwärtsimpuls. Und man kann aktuell diese Marke halten von 78 Dollar. Die 80-Dollar-Marke konnte man jetzt nicht nachhaltig verteidigen. Von daher muss man schauen, wie es im Kassehandel weitergeht. Auf jeden Fall werden wir hier auch einen Aufwärtsgap sehen. Und ja, da muss man schauen, ob hier entsprechend der Aufwärtsimpuls weitergeht oder ob das Gap hier auch zumindest teilweise noch geschlossen werden kann. Ja, das Wachstum war insgesamt über den Umsatz um 14 Prozent nach oben gelaufen. Die Gewinne, also weiter Verluste, gibt keine Gewinne. Aber man kann, wenn man die Bitcoin-Transaktionen zum Beispiel mal rausrechnet, also die Transaktionen ohne Bitcoins, sogar ein Wachstum von 33 Prozent adjustieren. Das heißt, die Idee, die noch vor zwei Jahren total en vogue war und die dafür sorgte, dass der Aktienkurs so stark nach oben ging, wenn du die große Zeit dann halt mal aufmachst, im Wochenschart sehen wir ja, wo das Ding herkommt. Das muss jetzt wieder ausgepreist werden, so ein Stück weit. Genau, ganz genau. Von daher, man sieht ja hier die starke Aufwärtsbewegung. Es wurde fast alles wieder abgegeben, auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Von daher muss man schauen, ob sich die Aktie hier auch stabilisieren kann und dann vielleicht auch den nächsten Aufwärtstrend irgendwann hier nachhaltig auch starten kann. Was ich noch interessant fand als Gimmick, ich habe es nie genutzt, aber ich hatte es gelesen, dass die ein Programm haben bei Block. Das heißt, buy now, pay later Bitcoin. Also du kannst quasi, wie man jetzt auf Kredit, wenn der Kreditkarte bezahlt, auch mit Bitcoins bezahlen und damit indirekt darauf spekulieren, dass man am Ende eine kleinere Rechnung hat, am Ende des Monats. Ja, durchaus ein interessantes Konzept, was Square hier dann entsprechend, oder Block jetzt, ich bin immer noch beim Namen Square, hier als Konzept präsentiert hat, ja. Ja, vielleicht benennen sie sich auch irgendwann wieder um, wenn das mit dem Bitcoin in die Hosen geht. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Aber apropos in die Hosen, Lucid Motors, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vor vier Wochen, glaube ich, war diese Meldung mit dem arabischen Investor, der vielleicht das Unternehmen hier kaufen würde, wo die Aktie auf 18 Dollar hochging und sofort ging es wieder nach unten. Und jetzt stehen wir wieder unter dem Punkt, wo die Meldung quasi für diesen Kursanstieg verantwortlich war. Genau, ganz genau. Man hat wieder fast 50 Prozent abgegeben jetzt von den zwischenzeitlichen Hochs Ende Januar. Das heißt, diese Meldung wurde dann doch stark abverkauft. Man ist jetzt in einem Bereich, wo sich die Aktie versucht hat, zumindest gestern auch zu stabilisieren. Hier den 50-Tage-Durchschnitt. Man sieht ja die kleinen Durchschnitte immer noch ganz klar abwärts geneigt und signalisieren hier auch aufgrund der Anordnung noch einen Abwärtstrend. Man versucht sich hier zu stabilisieren. Also ein potenzieller kleiner Support hier knapp unterhalb der 9-Dollar-Marke zwischen 8,5 und 9 Dollar. Und sollte diese Marke aber nicht halten, dann sind wir auch schnell wieder im Bereich hier der Jahrestiefs angekommen. Von daher weiterhin hier mit Vorsicht zu genießen. Die Aktie, die muss erstmal hier wieder Stärke zeigen. Denke ich gerade auch nach dem Abwärtsgap von vorgestern auf gestern, dass sie dieses zumindest schließt, um da vielleicht auf der Long-Seite nochmal Trading-Ideen zu entwickeln. Ja, vor allem muss man überlegen, ob das Geld dann auch noch ausreicht. Weil wir hatten ja jetzt im letzten Quartal einen Nettoverlust von 432,6 Millionen US-Dollar. Also fast eine halbe Milliarde. Und wenn das jedes Quartal passiert, dann braucht man irgendwann nochmal einen Risikokapitalgeber, der nachschießt, weil die Reserven nicht mehr ausreichen. Ja, ganz genau. Das muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten, wie sich diese Zahlen, was den Cash-Bestand anbelangt, dann auch über die nächsten Monate entwickeln werden. Ja, und da hat der Platzhirsch es ein bisschen besser, und zwar die Tesla. Die hatte sich ja zwischenzeitlich ab den Tiefs sogar verdoppelt. Die kam jetzt auch wieder ein kleines bisschen unter Druck, ist aber, denke ich, auf dem Niveau auf alle Fälle stärker als der Gesamtmarkt gewesen in den letzten zwei Tagen. Ja, das auf jeden Fall. Sie kann weiter sich halten auf diesen Niveaus im Bereich von ca. 200 Dollar, beziehungsweise knapp darunter, und konsolidiert jetzt auch über die Zeit hier, was aber durchaus positiv zu bewerten ist. Dass dieser starke Aufwärtstrend jetzt nicht wieder stark abverkauft worden ist, sondern dass man diese Marke wirklich halten kann. Es ist auch noch in einem potenziellen weiteren Aufwärtsimpuls hier der 200-Tage-Durchschnitt in Reichweite bei ca. 221 Dollar aktuell. Jetzt muss man mal schauen, ob erst der Abwärtsimpuls nach unten kommt. Dann, denke ich, findet man hier vielleicht eine Kaufgelegenheit bei ca. 180 Dollar, wenn der 100-Tage-Durchschnitt auch so langsam abflacht und nach oben dreht. Oder ob wir erst die Oberseite antesten, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, um Gewinne mitzunehmen oder vielleicht sogar eine kleine Short-Position hier aufzubauen. Aktuell so ein bisschen im Niemandsland. Da muss man schauen, welche der Marken hier als nächstes angelaufen wird. Ich kann mir vorstellen, was für das Verlassen des Niemandslandes der Auslöser sein könnte, denn in der nächsten Woche kommt Quartalz. Genau, und die könnten durchaus dann auch die Volatilität hier noch mal beflügeln und dann auch für den Ausbruch entsprechend in die eine oder andere Richtung hier sorgen. Ja, vielleicht schauen wir uns das noch mal gesondert an. Ein bisschen ausführlicher, wenn die Quartalszahlen raus sind. Für die Woche haben wir ganz viele Informationen jetzt hier zusammengefasst, schon wieder eine halbe Stunde rum hier. Geht immer so schnell mit dir. Ganz lieben Dank für die Infos und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Ja, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao. Danke, ciao.